Mein Tipp ist 3-0. Das war auch 4 Sekunden. Es ist 2-2. Wo geht es, ist oben. Es geht um den Robin Dodd. Ich weiß auch nicht, ob sie schon verhandelt haben mit den Hüb-7. Ich tippe da drauf. Das ist ganz schwer zu tippen. Bei Werder ist es immer schwierig, weil das auch nicht mein Klub ist. Ich tippe mal Werder gewinnt 1-0. Dortmund hat ja ganz ordentlich gespielt in der Geldliga. Das sah ganz ordentlich aus. Hannover ist ja nichts und das gewinnen sie. Das müssen sie auch gewinnen. Wie soll denn das weitergehen in der Bundesliga? Es richten nach 0-0. Aber bei Augsburg fehlt der Werner. Das ist für mich ein wichtiger Mann. Der Kleine mit den Glatzehen. Der macht auch viele Tore. Ich tippe aber trotzdem für Augsburg. Die gewinnen das 2-1. Paderborn ist schon meine Mannschaft. Das muss ich immer wiederholen. Die haben gegen Frankfurt aufgezogen. Ich habe noch nie so eine gute Halbzeit in der Bundesliga gesehen. Das war für mich klasse. Die da gewinnt Paderborn 2-1. Der Socker ist natürlich heiß. Ob er den Druck da aushält mit den Zuschauern, das kann ich nicht so beurteilen. Aber ich traue dem Zinnbauer schon was zu. Der gibt richtig Gas. Der hat eine gute Ansage vom Spiel. Und ich nehme an, dass die da 2-1 gewinnen. Frankfurt und Stuttgart haben die zweite Halbzeit noch rumgerissen gegen meine Pillendreher. Das sah ganz gut aus. Das könnte vielleicht sogar, dass Stuttgarter 1-0 gewinnt in Frankfurt. Tippe ich mal drauf. Der Armee kennt sie ganz genau. Leverkusen in der Geldliga. Ja gut, 2-0 gewonnen, also ohne Probleme. Das gewinnt Leverkusen 2-1. Wolfsburg, Mainz, Wolfsburg. Da waren die Strapazen vor der Reise ja schlimmer wie der Fußballspiel. Ich konnte den Gegner gar nicht googeln. Den habe ich gar nicht gefunden. Die Strapazen werden das ausmachen. Und da wird Mainz 2-1 gewinnen. Also das Bayern-Spiel für mich im Fußball, das ist ein halber Schritt zur Arroganz in meinen Augen. Appell an Gladbach. Ein Appell an die ganze Bundesliga. Wenn wir das noch ein bisschen spannend halten wollen. Kein spielerisch nicht. Kämpfen, treten, beißen. Mein Verständnis hat mir das gewinnt Bayern klar. Mein Herz hat mir 1-0 für Gladbach. Mein Tipp ist 3-0. Als Frau Vizekuner. Die ist mein Zwei. Wo geht dieses Omen?